Jungs und Mädels, liebe Freunde der digitalen Fotografie und der Bildbearbeitung, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Huion Canvas 22 Plus Tests, der äußerst negativ ausfallen wird, aber ihr werdet es nach dem Intro sehen. Ich versuche in diesem Video so wenig wie möglich sarkastisches, zynisches oder Schimpfwort technisches Vokabular zu verwenden, aber mal schauen, was ich euch alles so hier zu berichten habe. Intro ab! Bevor es uns Eingemachte geht, möchte ich gleich noch erwähnen, dies ist ein kleiner Kameratest. Ich habe jetzt eine neue GoPro Hero 8 und diese Hero Kamera muss heute den ersten Videotest hier im Studio mit dem neuen Lavarier-Mikrofon auf jeden Fall hier bewältigen. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung und Leute, solltet ihr heute keine guten Worte für ein Huion Test, der bleibt finden. Schreibt mir vielleicht unten in die Kommentare einfach rein, ob die Kamera ganz gut ist, ob ich von den Einstellungen her was machen kann oder ob ich tontechnisch hier noch irgendwas einstellen kann. Ich verlinke natürlich unten alle Sachen, die ich hier genutzt habe. Dann könnt ihr mal vergleichen, ob ihr vielleicht dasselbe Zeug zu Hause habt und mir ein paar Tipps und Tricks hier mitgebt. Und nein, ich möchte in Zukunft nicht mit dieser GoPro Kamera hier in meinem kleinen Studio weiterfilmen, sondern es soll heute einfach nur mal beweisen, ob das wirklich eine coole Kamera ist, ob das Licht passt, ob der Ton passt, all diese Sachen. Lass uns zurück zum Huion gehen. Dieses Canvas 22 Plus ist es, glaube ich, wurde mir von der Firma Huion zur Verfügung gestellt mit der Bitte, ich soll einen Test darüber machen und Sie schreiben auch in diesen E-Mails, die man da immer bekommt, auch rein. Es ist okay, wenn ich meine eigene Meinung hier preisgebe und das möchte ich heute auch machen. Mir ist im ersten Test vor ein paar Wochen schon aufgefallen, dass ich keine belegbaren Tasten habe, was ich furchtbar ätzend finde. Denn genau das ist ja das, was ich bei anderen Tablets so liebe. Ich habe meistens links oder vielleicht sogar auch rechts und links belegbare Tasten mit Scrollrädern und ich kann mir meine ganzen Shortcuts, die ich sonst über die Tastatur erledigen muss, eben hier auf mein Tablet legen. Im Idealfall kann ich meine ganze Bildbearbeitung ohne Tastatur hier vollenden bis auf Speichern. Das geht hier nicht, weil es das einfach nicht gibt. Der Monitor ist ziemlich groß, wunderbar, dafür habt ihr es wunderschön hinbekommen. Aber ich habe einen fetten Rand außenrum und ich bin jetzt kein Techniker. Unter Umständen könnte es, wie bei anderen vergleichbaren Marken, euren Technikern hier von Huion möglich sein, auch irgendwann mal hier Tasten einzubauen. Das wäre doch ganz cool oder zumindest zeitliche. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann gehe ich nach dem letzten Video auf die Reise und habe beschlossen, ich werde jetzt nur mit diesem Canvas hier arbeiten. Und ich habe sensationelle Probleme entdeckt. Ich muss dazu sagen, ich arbeite mit einem Apple-System. Das heißt, ich habe hier hinten meinen Apple-Rechner und ich habe das Teil nie auf Windows getestet, weil ich auch gar keinen Windows-Rechner habe. Es könnte sein, dass es bei Windows ganz andere Probleme gibt oder vielleicht Lösungen. In meinem Fall ist es so, sobald mein MacBook in den Ruhezustand geht, ist der Stift nicht mehr aktiv. Dann kann ich mit dem Stift hier genau gar nichts mehr machen. Ich muss, nachdem der Ruhemodus aktiviert worden ist, meinen kompletten Rechner neu starten, damit auch hier das Canvas wieder seinen Stift erkennt. Des Weiteren habe ich vor einem Jahr ungefähr das Canvas 16 Pro oder 16 Plus, nein, das war dieses Mal das 16 Plus bekommen und da war genau der exakte, gleiche Stift dabei. Verwechsel die ja nicht, denn der eine Stift ist komplett anders wie dieser Stift hier. Und auch der Händler, der dieses Video abgenommen hat, hat mir ganz, ganz dringend geraten, ich soll unbedingt beim letzten Video den richtigen Stift verlinken. Mit dem alten könnte man hier sogar irgendwelche technischen Probleme bekommen und das Huion funktioniert dann vielleicht nicht mehr so, wie es funktionieren soll. Doch auch wenn ich davon absehe, dass es keine Tasten gibt und dass ich immer wieder meinen Rechner neu starten muss, dass ich überhaupt mit dem Stift hier arbeiten kann, muss ich zugeben, dass der Abstand vom Monitor zum Stift ein so immenser ist, dass ich hier eigentlich, wenn ich irgendwo hinswitchen möchte, indem ich einfach von hier nach hier gehe, ich schon Riesenprobleme habe, denn ich habe nach fast 2,5 cm schon einen Kontakt zu meinem Stift-Tablett. Und das ist etwas, das finde ich äußerst uncool, denn ich muss meine Hand immer sehr weit weg halten, damit ich hier nicht irgendwelche Orden am Desktop verschiebe oder irgendwelche Menübefehle in Photoshop zum Beispiel aktiviere. Damit habe ich ein Problem. Beim Arbeiten dann in Photoshop selbst, wenn man diese Techniken hier draußen hat und wenn man doch noch mit Tastatur arbeitet und nicht mit belegbaren Tasten, dann kann das Teil schon das, was es an und für sich verspricht. Es hat seinen richtigen Neigungswinkel, also er kennt wirklich diese über 70% Neigung, sind es sowas in die Richtung. Er ist kalibrierbar, wobei ich das Gefühl hatte, sobald er erneut gestartet würde, muss er wieder kalibriert werden. Also ich habe bei der Kalibration mit einer Spider 4, das ist eine Kalibrierungsspinne, nach drei Tagen eine erneute Kalibrierung gemacht und der Unterschied war vehement. Vor allem die Blautöne haben sich hier ziemlich schnell zu extrem satten, giftigen Blautönen entwickelt, was mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Es kann auch daran liegen, dass ich hier in einem Büro bin, wo hier auch ein Fenster ist, wo teilweise die Sonne reinscheint und das Teil vielleicht von der Sonne erhitzt wird und dadurch die Farben sich verändern. Aber ich würde sagen, die Farbstabilität dieses Gerätes ist nicht so gekonnt gemacht wie bei anderen vergleichbaren Geräten, wie zum Beispiel von Wacom. Das allergrößte Manko ist aber der Support. Das 16 Zoll Canvas, das ich vor einem Jahr bekommen hatte, ist ja im Prinzip auch ein Display, auf dem ich arbeiten kann mit einem Stift. Und das hatte die Hintergrundbeleuchtung nach wenigen Monaten verloren. Die ging einfach irgendwo wahrscheinlich wieder Richtung China. Der Support, den ich aufgrund des letzten Videos angeschrieben habe, wo ich festgestellt habe, hey, das geht ja gar nicht mehr, der hat sich bis heute nicht gemeldet. Vier Anfragen beim Huion Support, keine einzige Antwort. Nicht mal eine Rückmail, dass sie meine Infos bekommen haben und vielleicht versuchen, mir dabei zu helfen. Gar nichts. Der Kontakt, den ich von Huion bekommen habe vor rund 11 Monaten, der existiert nicht mehr. Ich hoffe, es geht ihm gut, denn die stammen hier aus Wuhan. Und der neue Support, der mir dieses Canvas hier zur Verfügung gestellt hat, wollte von dem gar nichts wissen und hat auf diese Infos gar nicht reagiert. Somit beläuft sich mein Fazit äußerst in den unteren Bereichen der Negativität. Ich möchte hier ganz kurz kundtun. Ihr kauft euch für rund 500 Euro, teilweise auch mehr, auf Amazon kostet es aktuell ein bisschen mehr sogar, ein Stift-Tablett mit Monitor, das eigentlich nicht das ist, was ihr wirklich haben wollt. Ihr kauft hier sehr, sehr kostengünstig im Vergleich zu einem vielleicht 2.000 Euro teuren, großen Tablet von Wacom. Aber ihr bekommt auch diese Kleinigkeiten mit, die euch das Leben zur Hölle machen. Und nein, ich rede hier nicht von den belegbaren Tasten, die fehlen. Sondern ich rede einfach von Sachen wie, der Händler sagt mir selbst schriftlich, sie haben nur ein Jahr Garantie auf dieses Produkt. Ich als Europäer oder als Österreicher bin es gewohnt, mindestens zwei Jahre Garantie auf seine Produkte zu haben. Und ich frage mich, ob der Support nicht einfach wartet, bis die zwölf Monate und ein Tag jetzt vorbei sind und dann sagen, puh, ist uns eigentlich egal, der Schweighofer, der wird schon ein cooles Video drehen. Was bringt mir ein Händler, der mit mir nicht kommuniziert? Was bringt mir ein Händler, der kaputte Ware nicht repariert? Das ist für mich das größte Manko und deswegen auch ein absolutes No-Go und keine gute Kaufempfehlung für euch. Solltet ihr so ein Teil haben wollen, überlegt es euch gut. Vielleicht solltet ihr einfach nur auf ein besseres, vom Kundenservice her exklusiveres und zuverlässigeres System sparen und somit eigentlich dann auch was Handfestes haben. Ich werde das Teil jetzt hier wieder wegstellen und mein altes Wacom Synthiq 24 Zoll Riesending schwer und groß und fürchtbar teuer aufstellen. Aber es wird funktionieren und es wird mir den Tag nicht mit Problemen hier vollfüllen. Ich bezweifle, dass ich nochmal ein Produktvideo für diese Firma mache, denn ich habe was Besseres zu tun und möchte euch nichts aufschwatzen, das absoluter Schwachsinn ist. Peace, Love and Photoshop. Ich mache jetzt den BH ein bisschen lockerer und versuche mich zu entspannen. Schweig over and out.